Wir haben Kones Chemikalie zu einer wahren Naturgewalt verändert und die Amerikaner wollen sie für sich selbst. Sie sind auf dem Dach, lasst ihn nicht an euch vorbei. Die beiden Konsollen halten die Luke geschlossen und schießen das Labor. Verteidigt sie. Verteidigt die Konsollen. Sichtkontakt zum Feind. Die Feinde aktivieren eine Konsolle. Verteidigt sie. Hab was abgekriegt. Die Feinde aktivieren eine Konsolle. Verteidigt sie. Die Konsolle zurückerobert. Sie haben eine Konsolle aktiviert. Beschützt die andere mit eurem Leben. Verteidigt sie. Verteidigt sie. Hey! Oh, my God! First, I need to control it. First, I need to control this. Let's go! Next, I'm going to control thisнเคling. I need to control thisnเคling. All aboard! Let's go! Let's go! I need to control this! Let's go! die feinde nicht ins gebäude eindringen ich kontakt mein ziel Ich hab was abgekriegt! Heiß im Gewicht! Verlegt! Unreicht abgebildet! Achtung! Ich bin getroffen! Noch eine Minute! Denk auf! Was auf die Klinge! Verbreite ich die Kontrolle! Noch 30 Sekunden! Bin getroffen! Einzel, die drücke zu meiner Markierung vor! Die Feind sind in der Nähe! Letzte vier Sekunden! Die Teufel sind in der Nähe! Ich geb die Deckung! Ihnen läuft die Zeit davon! Gut so! Lasst nicht nach! Alle Bekannten müssen ohne eliminiert! Ausgezeichnet! Unsere Arbeit kann weitergehen! Die Zeit von der Schneider sind in der Nähe! Seitensekte! Wir haben die modifizierte Chemikalie zu diesem Hochhaus verfolgt. Ein abschrittiges Wettbewerb-Daten aus einem Geheimlabor. Findet einen Weg rein, schnappt euch die Daten über die Chemikalie und zerstört ihre Vorrede. Grünes Licht für Halo. Los! Diese Luke ist unser Weg rein. Aktiviere die beiden Konsolen und ab, das das Ding. Möglicher unterwegs. Aktivieren die Konsolen. Aktivieren die Konsolen. Stehe unter direktem Beschutz. Aktivieren die Konsolen. Magazin wechseln. Weiter zu zweifeln. Die Luke ist offen. Aber wir müssen immer noch durchbrechen, um ins Labor zu gelangen. Eine gut platzierte Bombe an der hängenden Ausrüstung sollte ausbrechen. Bombe platziert. Sicher die Umgebung. Erzähl. Rücke vor. Wechsel das Magazin. Was? Wir haben einen MAW, einen modifizierten Angriff, Wilson, der uns dabei hilft. Dieser MAW kann die Datenserver hacken, braucht aber eine Escorte, schützt ihn und rechnet mit Kontakt. Lass mich mit euch kämpfen. Lass mich mit euch mit euch aufhören. Lass mich mit euch aufhören. Stürze unter direktem Beschuss. Rauche, medizinische Versorgung. Lasst mich mit euch kämpfen. Hier bewegt sich was. Kontrollier deine Ziele! Giftgas im Drübenreich! Schneller! Scheiße! Der MAW steckt fest! MAW wird angegriffen! Feuer erwidert! Ich werde hier drüben beschossen! Der MAW kann seine Arme... Der Feind liegt in Führung. Die Uhr tickt. Hacken jetzt den zweiten Server. Und zwar schnell! Beeilung! Wechselt das Magazin. Belehre in diesem Weg. Einer zermischt. Der Stationspunkt ist bei dem Tempo des Gases nicht sicher. Am Boden sollten PDS in der Nähe sein. PDS sind erlangt. Schützen Sie. Sicher dem Extraktionshebelie aus einem Land. Haben einen PDS-Filter abgelegt. Vorrücken und sichern. Schönen Sie. Boah, hat was abgekriegt! Wir haben einen PDS-Filter abgelegt. Vorrücken, den Filter zur PDS bringt. Wir haben einen PDS-Filter. Bringt ihn zum Extraktionspunkt. Halt die Schlage nach. Haben einen PDS-Filter abgelegt. Vorrücken und wir haben einen Filter. Verteidigt ihn. Wechsle das Magazin. Feindbeschuss! TDS-Filter abgelegt. Vorrücken, noch 30 Sekunden. TDS-Filter erlangt. Schützt ihn. Haben einen PDS-Filter abgelegt. Vorrücken und sichern. Letzte 10 Sekunden. Wir müssen hier weg. Sofort! Wir haben einen PDS-Filter. Bringt ihn zum Extraktionspunkt. Die Toxikität ist zu hoch. Eine Extraktion ist keine Option mehr. Ich muss hier weg. Euer Christian.